15 wichtige Tipps für dein Social Media Marketing im Advent 1. Finde die richtige Balance 2. Plane nicht erst auf den letzten Drücker 3. Kommuniziere frühzeitig deine Erreichbarkeit 4. Bereite frühestmöglich so viel wie möglich vor 5. Lege dein diesjähriges Atmosphäre-Konzept fest 6. Lege dein Verkaufskonzept fest 7. Berücksichtige, dass es um vier Wochen geht 8. Hilf Schnäppchenjägerinnen und Schnäppchenjägern 9. Lege das Designkonzept für das Social Media Marketing fest 10. Denke plattformübergreifend 11. Denke online und offline, gerade jetzt 12. Erstelle Atmosphäre-Content 13. Erstelle nützlichen Content 14. Erstelle kleine Geschenke für deine Kunden und Kundinnen und ihre Lieben 15. Nach dem Advent ist vor dem Advent Weiterdenken im Advent Wie? Mehr Infos und Anleitungen gibt es im Blogartikel 15. Erstelle 15.uepf Vielen Dank.